Warum bin ich eigentlich noch Level 20? Haben wir jedes Spiel verloren, was wir bisher gemacht hatten? Also siehst du, das letzte Mal, als wir gespielt hatten, hatten wir doch diese Runden, wo ich die reingemacht habe und instant vom Killer gefunden wurde und aufgangen wurde. Ihr alle weggegangen seid und ich gestorben bin. Und ich frag mich, warum ich noch Level 20 bin. Erstmal mit solchen Generator machen. Oh nein. Ich hör ihn irgendwo. Oh, sie ist ja wirklich so. Also ihr Skin leuchtet tatsächlich richtig. Oh, es ist, äh, der, wir wissen nicht auf Deutsch, und da wird es getroffen. Äh, kann es sein, dass einer schon gelieft ist von unseren Mitspielern? Oh nein. Achso, ne. Die mit dem Scan läuft gerade vor dem Killer-Kanzler-Kanzler-Kanzler, als wurde sie geschlagen. Schiffst du dich und der Ando ist ungefähr hinten. Entwunden! Aber der hat mich falsch wieder! Nee! Okay, den einen Generator haben wir jetzt gleich. Ich glaube, ich bin ein Korn. Sieht erstmal so aus. Oh, da bist du drin, oder? In dem Haus? Ja. Nein, nein, nein. Na, wollen wir dann den nächsten Generator machen? Das müsstest du sein, ja. Oder ich kann dich auch erstmal heilen. Oh, ich höre ihn, ich höre ihn. Ja. Hallo. Der ist unsichtbar. Oh nein, er ist schon wieder hinter mir her. Mann, ich habe den Korn ausgewählt, lass mich in Ruhe. Oh, nein. Nein, er hat mich. Mann. Aber die mit dem Skin hat eigentlich nicht gut. Was was auch denn jetzt? Mit der Taschenlampe. Ah. Hau ab. Hast du eine? Nein, nur mit dem Mage. Ah. Bin nur so hinterhergelaufen, als Deko. Vielleicht war sie so. Und diesmal verfolgt er auf mich. Uh. War ja nicht irgendwo eine Palette? Oh, ich sehe ihn. Mann. Oh, da kommt er. Verfolgt der eigentlich Stich immer noch? Nee. Stimmt. Hab erstmal Ruhe. Oh. Aber solange er uns nicht stört beim Generator. Wir gucken gerade dazu. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Aber hier ist auch ein Generator bei mir gerade. Ups. Jetzt hast du mich gehört wahrscheinlich. Nee. Muss gleich weit weg sein. Die sind hinter der Scheune. Oh, er kommt zu dir gleich. Ja. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich, er läuft irgendwie vorbei. Ich glaube immer noch an das Gute. Ich bin voll irritiert. Was läuft denn da oben? Ist das so ein Autoschild? Ein Autoschild und so ein Werkschild da oben? Ah, er kommt zu mir. Hm. Ah. Ah. Lass mir hier nur Ruhe. Oh, du. Warum holt mich schon wieder keiner runter? Was ist euer Problem mit mir? Nein, er läuft immer weiter weg von mir. Wo bist du denn? Ja, ich hänge am Haken. Aber wo? Oh. Auf der anderen Seite eine Map. Oh, er ist gerade bei mir, glaube ich. Ja. Jetzt läuft er wieder weg. Okay, sieh kann ich. Nein. Er läuft wieder zurück. Mann. Mh. Der Dude wird sterben. Wenn jemand den notiert. Hier. Oh nein. Ach, da hinten. Achso, im Schrank kann man das nicht sehen. War im Schrank. Er kommt zu mir. Oh, bist du schon da unten? Ja. Er hat gerade gehealt. Oh nein. Also beschäftige einfach den. Ja. Er hat mich gesehen. Oder? Kann man ja nicht mehr. Oh, ich seh dich. Ich bin hier beim Generator. Ja, ja. Hinter dieser Krone. Hm? Sorry, ich brauch zuerst die Krone hier. Jetzt kannst du dir auch eine draufsetzen. Ah ne, du leuchtest erst mal. Oh, ne. Der Dude kommt. Ich glaub, hat doch... Oh, hat den Leben gehauen. Ne, hör ab. Da war eine gute Palette dazwischen. Oh scheiße. Nein. Falls ich mal nicht gefehlt, macht er mich vielleicht nicht zu sehen. Scheiße. Oh fuck, ja. Und sie ist ja unsichtbar. Da hinten. Also ich geh wieder zurück zu dem Generator, wo wir gerade waren. Da ist immer noch hinter mir. Da ist immer noch hinter mir. Und ich bin entkommen. Ähm... Juhu. Mal gucken, wie... Für wie lange. Oh nein. Ich hör ihn schon wieder. Ja, macht mal die Generator. Ich bin beschäftigt. Mhm. Wir geben uns Mühe. Okay. Sie gibt sich keine Mühe. Ach komm schon. Hast du das Gewitter gerade gehört? Sie hat dreimal hintereinander gefehlt. Ich hab nur seine Musik gehört. Vielleicht sollte ich dieses pinke T-Shirt mal ausziehen. Das liegt doch an der Krone. Ich chill mal ein bisschen hinten. Wird es gleich geheilt werden oder erst mal was anderes? Das hört sich nicht gut an. Oh, da kommt er. Er kommt, er kommt. Der hat aber auch nur Bock auf dich. Geil. Ja. Schön. Es sind immer noch drei Generator. Wir sind auch nur drei Leute. Und so wie ich das mitbekommen habe, geht das einige Male schief bei der einen. Toll, ich bin unter... Innenmitten der... Kriegt der dadurch nicht raus gerade oder wie? Doch, gerade. Leider schon. Dann musst du sie erst kaputt machen. Ah, okay. Oh. Oh, das ist voll an mir. Oh Gott. Aber ich muss kämpfen. Ja. Ich beeile mich. Bist du in der Lage nicht? Ja, ich glaube ich bin schon vorbei. Halte durch. Ich glaube jetzt musst du mich echt mal heilen, weil sonst bin ich beim nächsten Schlag echt tot. Druck? Nicht, dass ich den nächsten Schlag mache. Mhm. Oh nein. Der kommt doch schon wieder. Ja, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Ah. Er kommt. Ja. Ja. Hallo, wie schön. Ja. Ach, er war... Komm, 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 komm. Das ist aber auch sehr nett. Will er wieder hinter mir her? Nee. Nein, er ist hinter mir her diesmal. Stimmt, dass er auch mal eine Chance gibt. Ich habe eine Planke getroffen. Warum bin ich denn langsamer als vorher? Ich laufe im Kreis mit ihm. Aber das wird nicht mehr lange helfen. Das funktioniert ganz gut bei ihm. Wiggle, wriggle, wriggle. Ach nein, warum bin ich denn nicht direkt am Kämpfen? Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ich bin schuldig. Ach, ich bin schuldig. Oh nein, wenn er mich trifft, das ist vorbei. Du musst da irgendeinen Perk drin haben, dass er dich sofort mitkriegt. Ich bin entkommen. noch nein und ich wohl direkt in den haken getroffen kann jemand body blocken ich hätte einfach alleine generatoren machen sollen ja das nicht zufällig die luke schon irgendwo entdeckt ich guck gerade wo er sie hängt da hinten im bagger glaube ich aber er kriegt es ja sofort immer mit ah ne sie ist entkommen suchst du jetzt gerade die luke oder was ist dein ziel? ne den generator da waren luftballons ich dachte aber ne die hängen ja auch an den haken war gerade limitiert wir müssen immer noch zwei machen scheinwerter musst du suchen ja suche gerade aber hier sind nur haken sie wurde wieder niedergestreckt und sie bleibt wohl auch liegen guck diese chill da meine das hat mich vorhin irritiert ist voll hell an den haken hing ich vorhin ja die frage wolltest du ihn gerade zu dir locken? weiß ich nicht diesen generator hat ich fast fertig dann hat sie dreimal hintereinander gefailt großartig ach elf verfolgter alles galt von dir eigentlich hättest du anfangen müssen die luke zu suchen ja aber dann kann ich auch ruhig suchen weiß gar nicht ob man sie schon hört wenn man noch nicht den lücken kann great skill ich glaube sie hatte ich auch mal hoch gehielt vorhin aber pass auf er ist links lang glaube ich ne der steht da noch hab erwartet ne dieses glitzern von ihnen ich glaube der steht da halt noch unsichtbar ne der links ja nein nein ist nicht unter mir her oder doch ja er ist da links außen vorbeigegangen ich würde den vom haken unterholen ich würde den vom haken unterholen ich würde den vom haken unterholen nein komm doch hin ja genau so hat sie angefallen genau so hat sie angefallen genau so hat sie angefallen ich sag doch such die luke ja hängt sie wird sie wieder hier hinten aufgehangen ja ja auf jeden Fall Tarnmodus pur mit deiner Krone ja voll hallo hallo können sie doch jetzt ich mach nichts mehr mit ihr und er kommt wieder zurück bestimmt na suchst du doch die luke ich kann jetzt erstmal weg ist auch ne gute idee was meinen die oh oh mann ich hab die gerade gerettet ich glaub diesmal wird sie aber direkt sterben wenn sie herangegangen wird das war's ja das dritte mal dann dann liegt es schon wieder an mir aber unbedingt eigentlich immer die letzte oder ja weil du am anfang die ganze zeit aufgehangen wirst ja dann kümmert man sich um dich und dann gehen wir alle drauf die Frage ist ich sollte die luke eher suchen das fällt nicht so auf aber die Frage ist wo ist sie klar wir können du bist jetzt doch schon einmal rumgelaufen also die Map ist jetzt nicht so riesig glaub ich hinter dir ist auf jeden Fall schon mal ne Tür ja ich höre ihn läuft auf jeden Fall auch hier rum war da links schon wieder ne krone? Nee, noch weiter links. Egal. Ah, Kersi. Wo ist sie? Da ist sie doch, vor dir. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh, perfekte Flucht. Was ist daran? Perfekt, wenn alle anderen sterben. Ja. Oh Gott. Also die Punkte habe ich. Ein paar mehr. Boah, 56.000 in der Partie jetzt. Dank meines Kugens. Und ich bin jetzt Stufe 16. Hey. Und nochmal Stufe 16.